Hey, du möchtest unbedingt als Laufstegmodel arbeiten? Diese Station musst du durchlaufen, bevor du gebucht wirst. Erstens schaut der Kunde sich dein Portfolio und natürlich auch deine Polas an und entscheidet dann, ob du zum Casting eingeladen wirst. Wenn alles passt, darfst du zum Casting und vor dem jeweiligen Kunden laufen. Wenn du dort einen guten Job gemacht hast, dann wirst du zum Fitting eingeladen. Hier wird dann geschaut, ob dir die entsprechenden Outfits passen und es wird entschieden, ob du gebucht wirst. Wenn der Kunde dann begeistert von dir war, bekommst du eine Bestätigungs-E-Mail, dass du gebucht bist und darfst die Show laufen.